Die Reise bis hierher Am Anfang suchte Tod den Krähenvater, doch was er fand war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen, ein Weg zu einer anderen Welt. Jo Leute und damit willkommen zurück zu Darksiders 2, die Defined Edition, oder Defined Infinity Edition, wie auch immer, ganz normal noch nicht. Ja, wir sind beim letzten Mal beim verkürten Pass gewesen, beim Fehligen so eine Schale mitbringen und wir müssen da jetzt rein und ja, noch was? Findest du? Naja, was soll's, ab rein. Gucken, gucken, gucken. Muss man wieder alles kaputt machen. Wollen ein bisschen Geld einsammeln. Wir betätigen. Usch. Und, weiter geht's. Weil wir mehrere Türen haben. Okay, das ist der erste Stöpsel, den wir rausziehen müssen, bin ich der Meinung. Hallo, du da. Mir fällt gerade auf, ach ja, jetzt war ja auch schwer eingestellt. Autsch. Autsch. Oh, Mann. Wenn ich mich einfach treffen lasse, ey. Vergiss es. Bro, ich seh' nix mehr. Ja. Schopst ihn doch immer weiter vor dir her. Nein. Vergiss es. Verreckt die war. Komm. Pui. Ach ja. Ist halt nicht ganz so einfach. Okay. Kohle. Das können wir später zerstören. Jetzt noch nicht. Dann haben wir da einen Hebel, den wir, glaube ich, noch gar nicht betätigen können. Oder? Oder doch? Oder doch? Ähm, ja. Na? Ob ich das hinwerfe? Ob ich treffe? Ups. Äh. Komm her. Ups. Das war zu hoch. Hehe. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding nämlich in der Hand explodiert. Ui. 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 Ich kann, wenn ich gedrückt halte, Höhe. Okay. Komm. Ui. Okay. Da ist nämlich die Kiste gewesen. So, haben wir sie doch. Und das war genau das, was ich meinte. Okay. Was haben wir denn da bekommen? Was wir tragen können? Kritischer Schaden, Magie Schaden geht halt dann wieder, ne? Äh. Verteidigung. Wir haben hier noch eine Verteidigung. Erhöht sich natürlich auch wieder. Komm. Nimm einfach mal das hier. Wir nehmen einfach mal das. Da kommen wir nur durch die Tür durch hin. Die halt zu ist. Was ich eben erst gesehen habe, als ich da lang gelaufen bin. Auch gut. Na ja. Mir fehlt die Musik. Das habe ich am letzten Mal schon gesagt. Irgendwie fehlt hier so ein bisschen die Musik. Hm. Hallo. Hm. Autsch. Wow. Weg da. Komm, verrecke doch mal. Okay, Stufe aufgestiegen. Weg da. Ach ja. Vergess jedes Mal, wie das mit dem Knopf aufgeht. Autsch. Ja. Wenn du den so immer zurückdrängst, dann geht das eigentlich. Oder auch nicht. Wenn er es schafft, es dran zu greifen. Okay. Weg ist er. Äh. Wir haben. Neuen Fähigkeitspunkt. So. Das war Opfer. Bei allen Fallen. Die. 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 Bei allen Fallen, die von T-Portschlag getroffen werden. Die. T-Portschlag. Ich hole mir aber erstmal hier. Ähm. Totruf blutdöstige Gula aus den Gräbern. Die dann an seiner Seite kämpfen. Kosten. 300 Zornpunkte. Gula-Vorsuchung. Vier Schadenspunkte pro Angriff. Gerufene Gula. Zwei Stück. Ähm. Nächste Stufe. 300. Okay. Ja. Ich glaube, ich muss das mal einsteigen. Oder wie. Ah. Ich habe immer falsch gedrückt. Okay. Das war das. Das. Äh. Äh. Ja. Normalerweise muss ich das Tor da reinsetzen. Bin gerade nur zu doof. Wie war denn das jetzt? Äh. Na super. Oder war das vorher schon automatisch? Ich glaube nicht. Geht nicht mehr. Erhielt ihr gesundheit der gehobenen Kugel. Okay. War sie gerade nicht. Äh. Da lang. Erst mal Kisten kaputt machen. Um die Sachen wieder zu kriegen. Nein, 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 nein. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. So wie immer. Kennt man ja bei mir nicht anders. So, so. Okay. You run us. Na, guck mal. Da unten haben wir noch was. Äh. Bevor wir weitergehen. Und ich weiß. Doch. Ich glaube, wir müssen hier eh wieder lang. Aber. Ich nehme den halt lieber trotzdem mit. Jetzt schon. Nein, nein, nein. Ich vergesse, dass ich ja nicht die Lenkung drücken muss. Also. Um da hinzugucken. Ich bin so schlau. Okay. Passiert jeden Mal. Kennt ihr da auch. Okay. Wir müssen. Ich habe es gesehen. Oder? Nein, noch höher. So. Natürlich wird es wieder angezeigt. Soll ich das eigentlich mal ausstellen. Dass die Leute nicht angezeigt werden, wenn die in Spiele gehen. Hatte ich es doch eigentlich schon. Hm. Na, ja. Weil, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen nervig. Komm, kletter, 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 Affe. Komm, lass los. Mann, Mann, Mann. So. Mal greifen. Werfen. Explodieren. Okay, von hier aus kommen wir auch wieder rüber. Da kommen wir gerade noch nicht lang. Wahrscheinlich, wenn wir hier durchgehen, kommen wir denn da hin. Anzeige, hat's schon gesagt. Und das war auch wieder so klar. Oh, geht mir nicht auf den Sack. Geht mir nicht auf den Sack. Keine Ahnung. Tschüss. Komm, verrecke. Natürlich. Schön von hinten, du Sackgesicht. Weg hier. Weg hier. Ach ja. So schön. So war das. Autsch. Ja, ist ja gut. Nee, warum nicht? Ja, weg mit dir. Verrecke. So kann man das eigentlich auch ganz gut machen. Okay. Weg mit dir. Verrecke. Geht doch. Aber das war auch wieder so klar, dass das passiert. Dass wir ja irgendwelche Gegner auftauchen. Aber Kisten waren ja nicht. Nee. Okay. Dann machen wir weiter. Weiter. Ui, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ui, ui. Was haben wir? Police Karte. Sie haben eine Karte für den aktuellen Bereich gefunden. Drücken Sie. Um die Chronik zu öffnen, um sich die Karte anzusehen. Hmm. In den aktuellen Bereich. Oben waren wir noch nicht. Gerade unten. Aufgaben. Was war das? Hey. Hallo? Wie war das denn jetzt mit den Ghoulen? Äh. Äh. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Wie habe ich das denn gemacht? Oh, guck mal. Neue Waffe. Also eine bessere. Das war das. Äh. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Müll. Das war das. Das tragen wir gerade. Das hier. Das wäre das andere. Da haben wir diesen Hammer. Okay. Guck mal, was da aufgetaucht ist gerade. Ich speichere mal hier kurz. Zack. Oi, 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 oi. Hallo? Jo. Ich will auch das Pferd nicht rufen. Ich drück mir mal falsch. Wow. Geh doch weg da. Schön, dass du mehr Zorn brauchst. Dann gebe ich dir mal mehr Zorn. Nicht genug Zorn. Ich brauche mehr Zorn. Ich muss alleine gehen. Ich muss alleine gehen. Nicht genug Zorn. Ohja. Man hat natürlich wieder viel zu viel verbraucht, ne? Gott, halt die Klappe Handy. Wö, 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 wö. Ach, ja. so der schlüssel nehmen wir für die eine tür brauchen guck mal mein leben aber ich zu blöd manchmal dazu bin ja gut anfangsschaden ist ein bisschen besser aber sonst sehr gar nicht gut und das sind die statistiken war das denn weil da konnte ich das ja auch entstehen möchten öfters gerade ein bisschen das ist das das ist das das ist das reaper gestalt ausreicht zählen klingentritt warte mal so war das ich bin noch manchmal ein bisschen doof es ist mir jetzt verarschen was das ist ich brauche mehr zorn ich brauche mehr zorn er verfolgt mich hier kommen wir nicht zurück oder doch moment okay bevor wir den weg außen rum rennen werden wir so lang ich brauche immer wieder heilung und alles zumindest dass ich heilen kann dann natürlich tauchen da wieder mehr auf mehr gegner wenn er die attacke macht dann kann er nicht ausweichen das ist doof nein geh weg ja macht ihn glatt haut ihn auf die fresse da kommt gar zu gar nichts okay aber meine leben sehen echt nicht gut aus da wird noch das angezeigt hm das wird halt nur noch gemeiner hier wahrscheinlich also auch nicht einfacher ach ja die kugel ah das ist gut deswegen brauche ich komm mal hey hey drück doch B achso ja ich habe immer gedrückt gehalten musste es aber nur einmal musste es einmal aufdrücken und nicht gedrückt halten so wie immer okay gehen erst mal hier rüber rennen wir noch an der wand um ist richtig okay das ist meins das ist das gescheidungs das ist das ist das